Die zu veräußernde 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Friedrichsfelde. Die Wohnung wurde 1984 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 70 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 129.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017